Herzlich Willkommen zu meinem ersten Minecraft Tutorial ich zeige euch heute wie ihr in Minecraft Bilder ändern könnt also eigene Bilder einfügen könnt ins Texture Pack so ich habe jetzt hier gerade Misa's HD Texture Pack drin und ja wie ihr sehen könnt ein ganz normales Minecraft Build halt und jetzt zeige ich euch wie ihr das ändern könnt also ihr verwendet dazu am besten das Programm Paint.net ja das verlinke ich in der Beschreibung so und als erstes geht ihr dann in Prozent Updata Prozent geht ihr in den Minecraft Ordner dann auf Texture Packs dann Misa 415 oder das Texture Pack das ihr halt verwendet öffnet es mit Winra Archiver dann sucht ihr hier erstmal nach Art dann habt ihr hier kz.png und das öffnet ihr dann mit Paint.net also ich das jetzt einfach mal na was soll's also ihr öffnet es mit Paint.net ich glaube das kann man so hier nicht öffnen deshalb sieht man das dann auf dem Desktop ich hab's hier schon öffnet es oh das ist jetzt mit Windows so öffnen mit Paint.net so jetzt habt ihr hier eure Bilder ja ich hab hier schon ein Bild ein eigenes aber das hat so nicht so ganz richtig funktioniert äh Fail naja das war ein Fail Tutorial ja das hat nicht aufgenommen und deshalb mach ich das gleiche jetzt nochmal mit diesem großen Totenkopfbild hier also ihr öffnet das Bild das ihr einfügen wollt klickt dann auf Bearbeiten alles auswählen dann auf Kopieren dann geht ihr wieder auf das hier fügt es hier ein und dann passt ihr das auf die Größe an wie groß halt euer Bild ist so zieht es dann auf das Bild drauf das es ersetzen soll so ja kann man auch besser machen aber das ist ja nicht so wichtig dann speichert ihr das ab drückt auf OK so dann jetzt wieder mit Winra Archive öffnen kz.png so und jetzt äh zieht ihr die kz.png die bearbeite einfach hier rein ersetzt es und dass es jetzt bei Minecraft offen ist einen Moment so zack warum dauert das so lange naja komm schon so leck nicht so rum so ja es hat geklappt also wie ihr seht jetzt ein Creeper is my awesome face ja und weil ich jetzt scheiße gemacht hab sieht man hier noch so Ränder und da hier jetzt auch nix auf dem Bild sozusagen jetzt sieht man so kleine failige Bild Ränder aber wenn man ganz ausfüllendes Bild nimmt dann ist das nicht so 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 also das war dann mein erstes Tutorial wenn es euch gefallen hat könnt ihr es gerne liken und wenn nicht dislike seid und kommentiert was euch nicht gefallen hat oder was euch gefallen hat also tschüss bis zum nächsten Tutorial bis zum nächsten Tutorial